Musik Guten Tag meine Damen und Herren, wegen des Vulkanausbruchs in Island sind die Flughäfen europaweit immer noch gesperrt. Die Lufthansa streicht alle Flüge bis Montag um 11 Uhr. Das Warten geht weiter. Hier sind noch einige Eindrücke des Stuttgarter Flughafens. Die Lufthansa streicht alle Flüge bis Montag. 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 Untertitelung des ZDF, 2020